Müdigkeit, Gewichtszunahme, Übellaunigkeit, Verdauungsprobleme, Potenzprobleme. Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das, was mit einem Blutdruckmittel zu tun haben könnte und die Zusammenhänge und warum es auch bei dir so sein könnte, das erkläre ich dir jetzt in diesem Video. Ich bin Petra, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und Ernährungsmedizin. Mir ist schon bewusst, dass das ein sehr provozierendes Thema ist. Aber ich habe dieses Thema aus einem guten Grund gewählt. Nämlich vor etwa einem Jahr habe ich ein Video gedreht, durch welche Medikamente man zunehmen kann. Und seitdem sprechen mich immer mehr Menschen darauf an, weil sie genau das Gleiche, was ich in diesem Video beschrieben habe, bei sich beobachten. Und es geht hierbei insbesondere um die Beta-Blocker, die ja super häufig verordnet werden. Nicht nur bei erhöhtem Blutdruck, sondern auch bei Herzrhythmusstörungen oder aber auch bei Herzschwäche. Nehmen wir einmal an, du hast einen leicht erhöhten Blutdruck. Dann kommt noch so ein leichtes Übergewicht von vielleicht 4, 5, 6 Kilos hinzu und fühlt sich aber ansonsten ziemlich wohl. Dein Arzt, der dich nach dem herkömmlichen Goldstandard, also der besten geltenden Therapie behandelt, verordnet dir meist in dem Augenblick dann einen Beta-Blocker als Blutdrucksenker. Meistens seid ihr beide dann erstmal mit dieser Vorgehensweise ganz zufrieden. Denn, man weiß, Bluthochdruck gefährlich, Schlaganfallrisiko und so weiter. Zumindest glaubst du das auch erstmal auf den ersten Eindruck. Denn Beta-Blocker senken die Herzfrequenz, also das heißt die Schlagrate deines Herzen, indem sie die Wirkung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin hemmen. Dadurch benötigt dann der Herzmuskel weniger Sauerstoff und wird entlastet. Schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Denn vielleicht ein Jahr später, vielleicht auch ein Dreivierteljahr später oder anderthalb Jahr später, ich habe keine Ahnung, sieht die Situation dann schon etwas anders aus. Du hast in der Regel nochmals einige Kilos zugenommen. Inzwischen sieht man das dir auch ganz schön deutlich an. Auch dein Blutdruck ist kurioserweise weiter angestiegen, beziehungsweise ist nicht weiter runtergegangen, sodass die Dosis meistens erhöht werden muss. Und deine Stimmungslage hat sich ebenfalls noch verschlechtert, weil du bist einfach unzufrieden. Du bist irgendwie ständig müde und kannst dir aber nicht erklären, woher das kommt. Denn vor einem Jahr kanntest du sowas überhaupt noch nicht. Deine Kreativität ist auch auf der Strecke geblieben. Deine Potenz, die hat möglicherweise auch deutlich nachgelassen. Warum eigentlich? Was bei der Verordnung von Beta-Blockern leider meist nicht erwähnt wird, ist, dass dieses Medikament, also dieser Beta-Blocker, auch den Stoffwechsel insgesamt runterfährt. Und somit auch den gesamten Energiestoffwechsel. Das bedeutet nach all den Nebenwirkungen, die ich schon oben erwähnt habe, dass deine Fettverbrennung auch noch zusätzlich zurückgeht. Und das bei gleicher Lebensführung. Es lagert sich mehr und mehr Fett ab und du nimmst zu. Der tägliche Frust darüber, dass die Kleider nicht mehr passen und Bemerkungen aus deinem Umfeld führen natürlich nicht zu einer besseren Laune. Und für Sport fehlt dir dann auch noch zusätzlich die Energie, weil du keine Lust mehr hast. Und für deine nachlassende Potenz findest du auch keine Lösung. Im Übrigen, diese Potenzstörungen durch Blutdruckmittel sind ein Riesenthema. Achtung, denn Potenzstörungen ganz generell sind die ersten ernstzunehmenden Symptome für Gefäßerkrankungen. Klar, Bluthochdruck ist nämlich auch eine Gefäßerkrankung, von denen auch das Herz, die Nieren und das Gehirn betroffen sein können. Hier hilft einfach nicht nur ein Potenzmittel, sondern definitiv nur eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten gepaart mit Sport. Ausprobieren lohnt sich absolut. Gut, Gefäßwände, die auch schon angegriffen sind, können durch Ernährung und durch Sport wieder heil werden. All das, was ich eben aufgeführt habe, passiert durch die Einnahme von den oft als harmlos eingestufenen Bitterblocker. Wie gut wäre es gewesen, wenn du davor schon gewusst hättest, dass jedes Kilo weniger deinen Blutdruck um 4 mm Hg senkt. Das wäre bei 5 Kilo weniger immerhin 20 mm Hg. Und es ist durchaus ein Unterschied, ob dein Blutdruck 150 zu 100 ist, oder aber nach 5 Kilo weniger 130 zu 80. Und damit mit großer Wahrscheinlichkeit wieder im Normalbereich wäre. Und du überhaupt kein Blutdruckmittel, also auch keinen Beta-Blocker einnehmen müsstest. Und hättest du dann neben einem bewussteren Essen auch noch 3- bis 4-mal in der Woche eine halbe Stunde moderates Ausdauertraining absolviert. Dann würde der Blutdruck mit großer oder größter Wahrscheinlichkeit schon in naher Zukunft der Vergangenheit angehören. Und warum? Weil nämlich all die negativen, gewichtigen, ich meine Gewichtszunahme und so weiter, Nebenwirkungen wären ausgeblieben. Du hättest bessere Laune, deine Potenz wäre wieder auf gewohntem Niveau und du würdest dich einfach wieder wohlfühlen in deinem Körper, in deiner Haut. Überall, wo man was fühlen kann halt. Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Werde selbst aktiv. Vielleicht suchst du einen Arzt, der dir erklärt, wie du vorgehen solltest und der mit dir einen Plan erstellt. Ansonsten gibt es mittlerweile auch wirklich viele gute YouTube-Kanäle oder aber auch tolle Bücher, die dir genau aufzeigen, wie es geht. Hier in diesem neuen Buch von mir, Gesundmacher in der Waldfasten, findest du alles, damit du dir von deinem Bluthochdruck keinen Druck mehr machen lassen solltest. Hey, es gibt so viele Menschen, die Bluthochdruck haben. Bitte, bitte teile dieses Video. Natürlich auch schreib Kommentare unten rein. Das finde ich immer ganz wichtig, einfach zu lesen, was ihr dazu sagt. Und ansonsten Daumen nach oben. Danke, danke, danke. Und wenn ihr mehr von meinem Video sehen möchtet, könnt ihr das hier tun. Und ansonsten wünsche ich euch einfach bis zum nächsten Mal, dass ihr gesund bleibt. Bis dann, eure Petra. Bis dann, eure Petra. Bis dann, eure Petra.